So, da sind wir wieder, Leute. Ich hab mir jetzt inzwischen überlegt. Wir machen erst einmal wieder Aros Alara weiter. Ich denke, immer wenn so eine Tauschstation ist, können wir auch mal tauschen. Wir haben immer möglichst viel Abwechslung und sehen auch mal die neuen Fähigkeiten und können die auch mal selber ausprobieren. Hier, sie hat ja schon massiv Fähigkeiten. Und das dritte ist... Ich hab keine Ahnung. Ah. Das vierte ist ein Eis-Pfeil. Das dritte war so ein komisches Energie-Ding jetzt. Das ist so ein Feuerball. Und das hier ist... Ach, der Explosiv-Pfeil. Okay. Nun werde ich mal das hier auswählen. Und dann sehen wir hoffentlich, wenn mal ein paar Gegner kommen, was das ist. Was ist mit der Wand? Kann ich die anzünden? Deswegen mal ein Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Oh. Ach, ich glaube, das hatten wir uns schon angehört. Diesen toten Stein. Wieso? Was ist denn? Sehr ungewöhnlich. Was haben wir denn hier? Wie merkwürdig. Alter? Ich kann hier nichts machen. Ich kann da drauf schießen. Kallak, möchtest du vielleicht mal was tun? Muss ich... Ich versuche mal was. Und zwar... Wex... Was unter dem Himmel? Alter, was ist das hier? Du siehst ja so ein komisches Rätsel und ich habe keine Ahnung. Ja. Aber was fragst du dich? Ich weiß, es ist seltsam. Aber ich weiß da auch nicht. Es bringt nichts, wenn ich drauf schieße. Das ist schon mal Fakt. Und wir haben hier nirgendwo ein Feuer. Oder war, wo wir hergekommen sind, ein Feuer. Ich will auf jeden Fall noch nicht weitergehen. Bis ich das hier gelöst habe. Ach, nee. Komm, hör auf. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder sein Auge anzünden, aber... Das ist mir jetzt erst einmal egal. Wollen wir denn weiter? Ich möchte erst einmal was essen. Cheeseburger wäre nice. Und vielleicht irgendwie was trinken. Mal aufs Flur gehen. Ja, 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 ja. Ach, fick dich mal. Entschuldigung. Nice. Eine unheilvoll aussehende Gruft. Alle sehen unheilvoll aus. Ich wollte die Truhe aufmachen. Ich meine... Ist hier irgendwo was? Das ist cool. Mein Pfeil hier macht Licht. Aber irgendwann geht er leider aus. Okay. Hier gibt es schon mal einen Ausgang. Ja, glaube ich. Da hinten. Manche Interaktionen und Schlüssel werden erst freigeschaltet, wenn du eine Mission beginnst, in der du sie benötigst. Benötigst acht auf Tafeln. Aha. Da hinten leuchtet was rot. Hier rührt der Erste der Brüder drei, begraben mit einem Schlüssel der Zauberei. Magische Runensteine, genau vier an der Zahl, brechen das Siegel an seinem Grabmal. Was ein geiler Reim. So. Okay. Aha. Wir müssen jetzt vier von diesen Dings, die es hier finden. Und er speichert. Hm. Also ich schätze, wie das hier ist wieder so eine Art Rätsel, was jetzt nicht zur Hauptstory gehört. Ich hoffe es einfach mal. Versuch das zu bewegen. Genau. Ja, mach mal. Wir gehen zwischen ein bisschen weiter. Da geht's wohin? Kommst du mal? Na, danke. Mann. What the fuck? Wahrscheinlich kommen wir hier von der anderen Seite noch hin. Hier ist schon wieder etwas mit festhalten. Warte. Wo stand ich eben? Schieb das. Und zwar mit Schmackes. Genau, schieb mal die ganze Wand weg. Genau. Ich gucke in der Zwischenzeit. Ups. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen schnell gedreht. Ich gucke in der Zwischenzeit, was du da hinten gemacht hast. Kommt der denn jetzt her? Ihr seht, wie ich mich erschrocken habe. Ich habe leicht verzogen. Was war das? Was ist das denn für ein Ding? Das habe ich auch schon festgestellt, Mann. Ich wollte noch da hinten hin. Da kam dieser komische Typ. Ich will nicht sterben. Wenn ich jetzt da hingehe, ich mache das einfach und dann drücke ich ganz doll Leertasten. Ach so. Was soll ich denn machen damit? Hallo? Kann man das jetzt nicht... Was soll ich denn jetzt damit tun? Ah, ich habe das angezündet. Okay. Schön. So. Was war das für ein Vieh, ey? Ich will es lieber gar nicht wissen. Ich will es lieber gar nicht wissen. Aha. Hier sind wir. Hä? Was ist das für ein Zeug? Hä? Wer schießt da auf mich? Nein, das Blaulicht ist weg! Wo sind wir? Aha, hier liegt noch so ein grünes Ding. Nicht schon wieder so einer. Nee, nee, nee. Oh, wie wir dem einfach gar keinen Schaden machen, aber der uns sowas von zerwichst. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, warum ich Leertaste drücken soll, aber egal. Alter, mach mir nicht so einen Schaden, Mann. Wenn er mich noch mal trifft, brauche ich wieder Wiederbelebung. Ja, ich sag das. Bam, ein Glück wurden wir so voll geschissen. Oh, gut, der hat einen Kristall, Mann. Kann das kaputt machen? Ah. Ja, schön. Wieder ein paar Dinge hier gefunden. Wo geht's hier lang? Alter, wieso gibt es hier so viele... Hier können wir auf jeden Fall nicht zurück. Dafür steht fest. Hier war noch eine Truhe. Okay. Der beste Freund eines Mädchens. Gold. Ist der beste Freund eines Mädchens. Okay. So, gehen wir mal weiter. Oh, hallo, mein Freundchen. Was ist das? Danke für die Kraft, alter Mann. Ich will den noch... Alter, dann halt den. Es ist mir egal. Na, vielen Dank. Boom. Bam, 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 bam. Hilf mir! Ich will leider nicht kontern. Ah. Naja... Alter! Ah! Verteidige ich doch mal bestimmt wer! Was können wir denn nehmen? Jo! Ach, ich kann... Aha! Ach, toll! Vielen Dank auch! Sterbig dauernd, Mann! Ich wusste, dass es gut war, hier zu leben! Oh! Alter! Alter! Geht doch! Mann, Mann, Mann! Wenigstens haben wir hier Ton! Zwei Stück! Wir haben schon so viel Geld, Mann! Genialer Raum! Echt! Muss ich schon mal sagen! Lass mich doch mal durch, Mann! Ah, ja! Na, 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 na! Ey! Okay! Hm! Hier liegt ja noch Gold! Und ein Schild! Das ist ja noch kaputter als meins! Der steht auch immer am Weg rum! Ja, das sieht noch relativ falsch aus, ja! Bitte sehr! Ein neuer Schild! 160, 145, 121! Das meins echt am besten! Da hinten leuchtet was! Hallo! Ja, ich sagte ja, wir kommen hier noch hin! Das habe ich mir schon gedacht gehabt, nämlich! Noch ein Kristall! Fünf Stück haben wir jetzt schon wieder gefunden! Ist ja genial! Cool! Hopps! Wir haben einen nicht gefunden! Mist! Wir haben einen noch nicht gefunden! Ich schätze, die müssen wir irgendwie hier an der Truhe einsetzen oder so! Oder bei der Tür hier! Hier! Da! Das sieht mir so aus, als würden hier vier... Hä? Es ist zugefägt! Vielen Dank.